ich nehme das re ich habe sie bisher fünf oder sechs mal gesehen und der champion fühlt sich relativ gut an was die mit dem angeht das gefühl die feldet schnell ab weil die leute sich halt aber fairerweise auch noch nicht so gut umsetzen also ich muss sagen die ersten gangs waren super geil du bist ja dumm schnell und hat später in teamfights dadurch also dass das platzen als der punkt muss ja super krass mit dem movement speed spielen muss also übel viele ressourcen schaffen von den gegnern zu soken ohne dabei zu sterben also muss ja wirklich auch planen auf ihr eigentlich also leider sei es gerade nicht so gut aus muss ich sagen damit jetzt gut ergänzt ja ich glaube so fein also ich glaube der stand als land ist first habe ich auch schon mal gespielt aber ich weiß nicht was wir jetzt hier also was ich gesehen habe bisher ist die andere ist auf jeden fall korbelt und die meisten sind halt danach sofort full tank gegangen full tank da kann ich ja das realist mal weglassen dass ich jetzt also der andere ist glaube ich pflicht allein schon weil es mit der eigenen passive so krass synergiert naja liandris kommt ich glaube ich drumherum im beginn mal liandris dead man ich bin halt echt giga fest ich bin halt einfach fucking fest er hat überhaupt keine chance und was läuft in meine arme der läuft in meine arme oder der macht dann nicht was denkst du schaff ich denn ich werde bald jetzt knollt also das finde ich aber gut das heißt du löst den damage aus aber ich mache ihnen war es so dass der drake den damage ausgelöst hat nee du renn schnell oh ich hab den getroffen was der hat mal getroffen oh ich dachte meine ult hat geblickt nicht so geil mann alter okay war tatsächlich die drache gerade den clip mal gesehen war der drache der kurz vor woher mein ult ihr landet ist wie hättet hat oh jetzt pass auf oh what spinnt wo du bist supporter hier ich hätte so gern wieder diese rune die movement speed gibt und in ap umwandelt die war so geil ja 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 die hat richtig bock gemacht also das mit dem mit der old ist ganz ehrlich also vielleicht ist kein schirm in der gewinnen kann aber es hätte es fallen jeden fall oder habe ich so klaus du lebst also noch schläfst und der schläft auch den ich auch mal wie schnell ich bin und also bald ein bisschen ep im haus ist es ist schon relativ witzig okay also ich glaube die ruhen lassen wir so ich glaube ultimate hunter fühlt sich sehr gut an weil du das glaube ich komplett übertrieben auf ihr so jetzt probieren wir die full tank variante okay wir haben jetzt alles auf ep probiert 100% winrate ich kann einfach fliegen ist so schön das ist wie dieses harry potter video was so geschnitten ist als er auf dem besen fliegt und immer nur einen cut von dem macht wirst du harry potter ich habe keine ahnung wovon ich bin ja ihr müsst richtig krass pullen also des todes sonst gibt es keine gangs die es wahrscheinlich sowieso nicht gibt es kommt zu dir oder ready oh my god das war schon nicht schlecht gleich gezogen gg vielleicht treffe ich beim nächsten mal auch den sturm was kommt allein genies move ja ich sag mal so es gibt auch gangs wo der jungler einfach zwei platings nimmt so leute jetzt kommt jetzt müsst ihr die augen zu machen jetzt kommt zinderhalk was ist das ich hab hier ich hab hier ich hab hier komm zu mir naja ich brauch keinen hier er braucht einen hier lange man ich schläfere den ein pass auf ja 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 geh drauf wie mache ich das ich habe keine ehe ich habe keine ehe mache ich das ich mache das und dann renne ich weg wie so ein reh ich bin so gut ich habe sie stirbt er nicht ja der ist in seinem ding ins kirchen hier drin in seiner kirchen in seinem ding ins kirchen oh no hallo oh die ist hier er ist zu mir gesprungen ich dachte scheiße Alter wir sind so gut die ari und ich oh mein jesus bejesus i need help also game design ist das tank build auf jeden fall das lustigere aber du brauchst mindestens eine 7 3 mf und eine 10 1 renecdap also ich glaube wir bauen jetzt sogar eiskalt katalysator leute also wenn ihr jetzt schon die augen zumachen musstet ich würde sie jetzt raus operieren just und raus oh man der schläft oh man der schläft da drüben oh das ist gut nein die vielleicht hängen wir noch ein bisschen ne aber die katze können wir nicht einfach so weg kommen lassen oder was machst du denn he 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 boah iq komm ah ja das war wichtig für meine seele warte mal boah der Erneut warten wir auf den Moment. Das Maxi-Marker perfekt smited. Zehn! Ich hab 15 gesehen. Und sie warten heute noch. Und they are still waiting. Den kann ich one-shotten, der MQ. Den werde ich erstmal einholen. Und dann werde ich ihn diven. Und dann werde ich ihn ulten. Und dann werde ich ihn smacken. BAM! Da hast du es halt. It's the double leader. Er spielt Conqueror. Ist ja eigentlich auch nicht schlecht, oder? Wie müssen wir das denn rausprobieren? Conqueror, Roll of Ages, die andere. Für so ein Dauerfight-Build? Ja, das können wir schon quasi. Ja, aber ich glaube, die Conqueror-Variante müssen wir machen. Wir spielen jetzt erstmal den Full Burst, den One-Shot. Machen W-Max. Oh ja. Ich hatte legit den zweiten nicht ausgehalten, den zweiten Turret-Shot. Ist ein Stack. Ist ein Stack. Stack ist Stack. Leute, finden sie einen Stack, kann man schon mal flashen. What the fuck? Gartem. Oh ja! Oh, den auch noch. Nein! Er hat mich geblendet! Ich war geblendet. Das ist scheiße. Ich komm mit der Eis. Hat sie Ult raus oder so? Nee, nee, die hat Ult noch ab. Dann muss sie sterben. Nichts getroffen. Guter Gang bei Maxi-Marker. Eis, bist du bereit? Äh, ja. Vielleicht ist man ja nicht. Klar. 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 Ja, pass auf. Drum, getroffen. Oh, jetzt schläft er. Und dann... Boom! Bin ich tot. Du bist tot, ja. Aber du hast doch zu viel Pilze gegessen. Ja. Schlaf sie ein, schlaf sie ein. Nee, keine Ult. Schlaf sie ein. Schlaf sie ein. Schlaf sie ein. Ich bin eingeschlafen. Hä? Achso, die hat mich mit irgendwas getroffen, was unsichtbar war. Nein, die hat mich mit mir eh getroffen. Ja, ich hab den voll nicht gesehen. Das war so ne Ari-Kugel. Gott will ich bind. Okay, dafür war es absolut wharf, muss ich sagen. Das war absolut Kiga wharf. Oh, 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 das wird gut. Nicht. Blö. Okay, also der wird auf jeden Fall schlafen. Hey, ich krieg den Damage. Also ich glaube, ich krieg den Kill dann. Egal, wer es auslöst. Ist das so? Ja, das war jetzt das zweite Mal so. Was ist dann? Wenn ich sie treffe, ja. Hab sie getroffen? Oh, ja, das ist meine, das ist meine. Warte, 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 warte. Uuuuh. Das soll es auf jeden Fall ist. Ja, okay, das macht Spaß. Holy shit. Na gut, du willst also, dass ich jetzt da oben mein Team töte. Komm, hol'n dir, Tiger. Ich bin ein Reh. Hol'n dir, Bambi. Oh mein Gott. Bambi. Halt ihn mal nicht all in, weil wir flanken gerade. Wir kriegen ihn so oder so, wenn... Halt ihn so oder so. Halt ihn 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 so. Ja, das war nicht gut, Leute. War aber auch leicht abgelenkt. Okay, Leute. Seid ihr bereit für den Pentakill? Jo. Die Kugel kommt. Ding, 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 ding. Okay. Oh, oh. So. Erstes. Lass mich durch. Okay. Lass mich raus. Also, das Einzige, was ich will, ist, ich treffe ihn eh. Wenn sleep ich jemanden Spellbinder an. One shot. Mann, immer mich. Jetzt. 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 Nehme ich. Prepare. Was ist denn da rein? Legende war halt, ich stehe da. Im Sweeper und klirte dich mal Schwumst. Da kommst du zu den Rechern gelaufen. Und leuchten alle rein. Und läuft, wenn man alle schwumst. Klickt auf die Blasplatte. Ich schweiß dich rüber. Trifft ein E, macht sofort Ult an. Will nur für das W-Play gehen. Stört, bevor das W durchanimiert worden ist. Das ist wie dieses Reh, was du aus dem Pool fischst. Und es rennt sofort wieder rein. Vier zwölf, Leute. Kann man besser spielen. Das geb ich gern zu. Oh, der schläft. Der ist ja irgendwo drüben. Geh einfach rüber. Guck nicht. Ich hab gekillt. Wieso? Ich hab getötet. Bist du so toxic, Marleen? Baller einfach immer in die Viergruppe rein. Springt einfach so. Das machen Rehe so. Das machen Rehe so. Das ist eins zu eins Rehe Gameplay. Rehe gehen aus dem Weg. Nein. Sobald die Autolichter sehen, bleiben Rehe genau gleich stehen. Und der hat geleuchtet. Der hat nach 300 Gold geleuchtet. Ja, Marleen. Marleen, warum gehst du immer ins Charme rein, ey? Anstatt einfach mal hier hinten zu stehen, ist Marleen einfach immer hier vorne und lässt sich Charme, ey. Das geht mir mega auf die Ketten in so einem normalen Game, wo ich mir Mühe gebe. Ich mach bei Marleen State cool. Ich denke, das hat sehr gut gepasst. Okay, Leute, wir probieren jetzt noch die Conqueror-Variance. Oh, das ist ganz schön korrekt. Ich hab jetzt also einen Kill abgegeben. So, ich brauch jetzt einen Gigapull. Wolltest du den Rapper vom Gegner machen, oder mach ich deinen? Geil. Also wir können uns mit dem prügeln noch, wenn du jetzt das Boot hast denn getroffen, ne? Wie weit er geflogen ist gerade. Ja, weil ich noch geflasht bin. Ja, klar, aber... Hä? Ich hab ihn mit dem Passive wahrscheinlich bekommen. Fünf Damage macht die bei mir gerade. Das ist natürlich trotzdem verdient, weil ich einfach auch ein guter Spieler bin. Okay. Die ist Level 6, ne? Die ist Level 7? Scheiße, bin ich unterlegen. Shit. Okay, es geht los. Ah, ich schlafe. Oh, Gott sei Dank, alle. Die hätte mich halt hart gekillt. Aus des Todes. So, ich komm jetzt runter. Wir machen Double Kill, okay? Okay, seid bereit, wir diveen. Ja, das ist er. Irgendjemand macht sie jetzt tot. Sehr gut. Und ich krieg den Kill schon wieder. Du weißt immer noch nicht, wie ich das mache. Jetzt rein, der diveen war doch angesagt. Hören wir keine Minions. Ja, komm doch gleich. Keine Uld. Komm, retz ran hier. Ich hab Angst, also sie... Wo gehst du da? Okay. Ich hab sie. Ich krieg so früh Agro neu über diese scheiß Passive. Das ist der Double Kill. Ja, das war fast sogar zu Wave. Ich bin leider bloß ein Shutdown-Meer-Fiel. Hilfe, Maxi. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Warte, ich kann mich nicht sehen. Ja, von Sie haben. Oh, doch, der... Block das, block das Q. Ich block alles, aber ich muss sie töten. Er hat mich gut. Den Krämer. Ich weiß nicht. Why are you running? Why are you running? Ich kann den noch nicht stun. Doch, mach. Gleich kann ich ihn stun. Fünf Sekunden. Okay, den habt ihr. Ich hab ihn. Jetzt kann ich es dann. Perfekt. Ein Wehlein und es hat überhaupt keine Angst im Gegenteil. Ey! Ey! Warte! Ey! Oh, das wird ein guter Sleep. Juhu! Goodbye! Ey, warte mal! Leute, ich komm jetzt. Kann nicht so schnell sein. Ich komm runter, ich komm runter, ich komm runter. Lesk. Gemeinsam. Ja, die ist so schnell. Ich bin auch schnell. Ich bin sie. Keine Angst, ich komme entgegen. Jagd sie, jagd sie. Ich hab Deadmans und sie nicht. Sie ist dumm. Das wird eine Treibjagd. Stop! Auf the break! Stop! Hochstand. Schuss. Verfehlt. Schuss. Und tot. Schuss. Schuss. Hallo. It's time to fall asleep, bitch. Wieso hab ich die A so... Boah, ich bin zu fast, ey. Oh, ich bin überhaupt nicht mit meinem eigenen Movespeak-Clan. Ich hab normale Schuhe. Oh, das war's. Oh, der hat mir gar nicht geculpt. Oh, der hat mich geculpt. Oh, der hier war... Der hier war echt gut. War das denn hier? Das war doch ein guter Fight um den Blue-Buff. Nope. Oh. Der hat wohl die gleiche Idee gehabt. Nein! So, Leute, ich bin wieder da. Boom. Komm, jetzt probier mal. Hey, du dead. Nein. Er ist dead. Passive, Passive. Oh, what? Perfekt in der Runde. Ist das ein Silas? Und ich bin... Eine... Ein Rehe? Macht ihr denn mit euch? Ich mobbe mich. Oh, nee! Ich kann durch dieses Eisding sterben. Das ist ein grausamer Tod. Gute Nacht. Schlaft gut. Schöne Träume. Und... Dead. Und wieder komplett am Leben. Alles klar. Danke, Suraka. Jetzt sind wir doch gerade von einem übelen Zug. Au! Niemand muss sich vor den Drake stellen. Ja, hab ich. Hm. Good night. Good morning. Also Spaß. 100 von 100.